Hallo Leute, ich sitze da in der australischen Sonne. Wir sind mit der ganzen Family zu Besuch bei unseren guten Freunden beim Cameroon Donald und seiner Frau Tarkess und ihre Kinder. Ja, was soll ich sagen? Es ist ein bisschen anders als wie zu Hause in der kalten Schweiz oder den kalten Liechtenstein. Aber ich wollte euch nur noch einen guten Rutsch ins 2024 wünschen und nachträglich natürlich die frohen Weihnachten. Mein nachträgliches Weihnachtsgeschenk an alle DD-Fans ist, dass wir das organisieren haben können. Zusammen mit der Hostetler AG, nämlich mit deren Hilfe war das möglich, dass wir den ersten DD-Treff machen in Suersee. Und da sind die deutschsprachigen Fahrer, die aktuellen alle dabei. David Tazzer, Julian Trummer, dann unser Freund aus der Schweiz natürlich, Lukas Maurer. Dann haben wir dazu ein paar Ex-Piloten, nämlich der Hempo Polyger wird erzählen, wie es früher war. Er wird auch aus seinem Buch vorlesen, das er geschrieben hat, über sein Leben auf die Rennstrecken. Dann kommt der Lenz Leverkern, wird aus seinem Buch vorlesen und wir haben einen absoluten Topstar dabei, der Peter Hickman. Und er wird da sein, er wird kommentieren, wir werden seine Runde, seine Rekordrunde einspielen. Und wir haben jetzt auch noch Ben und Tom Birchl dabei. Also unglaublich, die absoluten Topstars sind da vertreten bei uns. Und der David Tazzer ist auch noch auf der Liste. Kommt vorbei in Suersee, in den Showräumen der Hostetler AG. Es ist einfach, es ist ein einmaliges Event. Ich weiß nicht, ob wir sowas jemals noch einmal auf die Beine stellen können. Das ist unglaublich. Ja, genug Selbstlob. Hoffen wir, es wird so gut, wie es in meinem Kopf drin und sich schon abspielt. Was soll ich sagen? Ich freue mich und ich freue mich auf jeden von euch, der dort vorbeikommt. Das Ganze findet statt am 20. Januar ab 11 Uhr. Ihr könnt natürlich schon früher kommen. Der Shop und die Showräume der Hostetler AG in Suersee sind natürlich früher schon offen zu den normalen Geschäftszeiten. Wir werden haben die Autogrammstunden, die Buchlesungen. Wir werden haben dort die Chat-Shows, das heißt Interviews mit den Fahrern. Ich möchte gern, dass der Peter Hickmann seine Rekordrunde kommentiert. Und natürlich auch die Birchels, die haben es geschafft, eine 120-Meilen-Runde zu machen im Seitenwagen mit einem 600er-Motor drinnen. Kannst euch das vorstellen? Das wird brutal interessant und spannend. Kommt vorbei, wir bauen alles auf und es wird unglaublich. Ah, da ist die Kamera. Ich habe ganz vergessen, zum Erwähnen, dass der Rolf Bieland und der Kurt Waltisberg kommen auch noch vorbei. Also unsere absoluten Topstars aus Schweizer Sicht. Wahnsinn, das wird super. Tschüssi, 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 Fugas!